So, mal gucken, Golf oder Polo, Diesel oder Benziner oder etwas ganz anderes. So, und schöne Zweierdeinlage von den Eisenbiegen. Dann Federer an vorne, das ist ein Aussehen-Auto vom Stalker-Team-Liedruck und das müsste eigentlich der Senior sein. Also, Harald Kamischke in Führung an zweiter Stelle, Oliver Kamischke, der wird angegriffen von einem Eisenbiger. Könnte es sein, dass er Stefan Mieter sich gar nicht macht. Und Wiedmann ist an zweiter Stelle, dann haben wir auch Oliver Kamischke und Mario Dietrich. So, Michel bei uns hier mit tessischen Problemen. Ja, der Polo, wo es aussieht. So, ich bin jetzt noch mal durchgefunden und sehr schön weit vorne. Und Harald wird abgegriffen vom Eisenbiger, ich hab's ja gesagt, dafür sind sie immer gut. Und wer profitiert jetzt davon, der Jugel, geht der Jugel vorbei. Ja, der Jugel vorbei. Also, Polo, der ist jetzt nicht mehr. Und warte, ich fahre doch mal selber in der Pist. Und weder wird neu jetzt, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier nochmal auf den Kiedrich. Also, was kann man denn nicht laut genug jammern, dass es hier keine Action geht. Ich bin jetzt hier nicht mehr auf der Pist. Also, ich bin jetzt von Stokker, den Bliedruck, Olli. Wir sind jetzt von Stokker, den Soldiers dann auf Seven. Markus Friedrich will noch diesen Sieg verhindern. Zwei Kurven hat der Eisenbiger noch Zeit. Zwei Kurven noch, jetzt nur noch eine Kurve. Reicht ist, das ist 15 Meter. Reicht. Jetzt wird alles noch viel kreative! Als John Badrich… Das ist eine neue Reihe, eine neue Reihe, eine Kamischkette, eine neue Kamischkette, eine neue Kamischkette.